ein moin und ein herzliches willkommen zurück zu einem neuen video hier auf der nf marsch ls 19 du hast doch den kurs hier richtig drin ich kann mir mal den kursen okay so jetzt bescheiß mich nicht mehr so bevor wir an das zeug starten kann ich weiß sind noch so viele sachen zu berät müssen wir gehen zuerst an kursen wir werden heute was verkauft aber auch was kauft und leider muss einer von unserer familie ist eine große finden finden familie bis hier hinweg mal spaß beiseite einer muss weichen der nicht dann wisst ihr was es geht sag ich euch schon mal vorher ach so hier müssen wir feldarbeiter sie kommen wir sehen das stimmt nicht ganz ich habe doch gar keine 30 meter ich habe 18 meter was macht der idiot verstehe ich jetzt auch wieder nicht feld 2 dreimal könnte lenken hat niemand das ist das ist das ist das ist das ist Entschuldigung, aber irgendwas stimmt da schon wieder nicht. Das ist Düngeverbrauch auf maximaler... Äh, irgendwie stimmt da was nicht. Also die Angaben, 18 Meter... Können nicht stimmen. Probieren's mal mit den 30 Meter, Leute. Dann mal gucken. Äh, mir kommt das vor, als wäre das viel, viel mehr. Normal. Vielleicht könnten ja die 30 Meter stimmen. Weiß nicht. Nehmen wir mal die. Hier. Hier fängst du mit mir an. Das sieht tatsächlich gut aus, Leute. Warte mal. Oh. Oh, ja. De... F... Zwo... Strich... ... ... ... ... ... ... 30 m rechtzeitig präsentieren nehmen wir mit als doch gar nicht so schlecht an älter Ladewagen zu 95% Kaputt Müssen wir mal ein bisschen durchreparieren Ruf Die hier mal in die F2 stoppen Ach komm Mach die hier ne Junge Moment Das ist hier Können eigentlich Ja Lassen wir das mal So Der muss weg Aus welchem Grund Seht ihr morgen Einfach morgen auf den Kanal Vorbeischauen Freitag Gucken Mit guten preis davon über Ich denke schon Ich denke mal jetzt wirklich mal schon 150 haben wir jetzt Und wenn wir jetzt Okay 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 Vielen Dank. Super. Da müssen wir uns jetzt einen Trecker raussuchen. Das ist die Frage. Das sieht gar nicht so schlecht aus, Leute. Und wir haben 60 kmh auch. Oh. Geld lässt dich zu. Achso. Okay. Sicher ist jetzt. Alles gut. Alles gut. Wir nehmen uns. Tatsächlich. Hätte ich vielleicht auch an Johnny gedacht. Und noch 35. Der lässt sich sicher hochdonnern. Bis auf 195 lässt er sich hoch. Ich habe ihn vergessen raus. Alles klar. Aber. Wir nehmen den hier leider. Dann hat der Front Mähwerk neben mir den hier. Äh. Front Mähwerk. Alles klar. Genau. Schild weiß ich nicht, Lenkauf nehmen wir, Schild nehmen wir nicht, Dach nehmen wir, weg, Premium nehmen wir, alle nehmen wir, Hä, die Runden sind nicht gerade so schön, die Vierge, was, hier sind sie, Perfekto, da kannst du vergessen, das gebe ich 500, dass sie aus, Kabinenbox, ähnlich, Beifahrer, Stich, nehmen wir, Types nehmen wir nicht, Nehmen wir, Frontleider brauchen wir nicht, A 160 ist Ende, Nehmen wir, wir haben sogar Plus gemacht, oh, Oh, süß, die Sache, Oh, lassen wir mal gucken, Oh, jetzt ist es schon hier auf dem Projekt, oder, der erste, 44, geht er, mehr geht er nicht, das ist ein bisschen schade, aber, von 63 auf, ja, da müssen wir es doch machen, das gefällt mir nicht so, Ja, das ist besser, das ist gut, Ja, das ist besser, das ist gut, Ja, das ist schon, Alter, Ja, 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 Der, das geht voran, Nicht ein Stück hat er sein lassen, Perfekto, Hier müssen wir mit der Spritze durch, 160 PS, aber Johnny PS, Leute, wie geht noch was, Wollten wir hier nicht was laden, 1000, Gras, Ne, Ne, äh, Ist das Feld überhaupt angesehen, das Feld 20? Hab jetzt, Es ist nicht angesehen, Mann, Ich glaube, Es ist trocken drauf, oder? Oder verwechsel ich mich jetzt gerade? D來了, Wollt Und, W constellation, Es ist weiß, Müssen wir hier unbedingt durch, Umwelt, recycled Wo ist der Arion, Mann? Macht ja nichts der Arion, junge, junge, junge. Die Arion, die haben wir, die Schmerzen und sie sind unterhalten, wie sie sind. Sie sind unterhalten. Ja, die sind heute gerade zu sehen, aber die Achseen. Ah! Ah! Wie ist das? Fertig! Wenn du das nicht wirst, dann kommst du dir. Das ist nicht so spannend. Es ist nicht so spannend. Ich bin so schnell fertig, das war's. Junge, Junge, Junge Äh, fällt 20... ...sind zwölf Meter Wo ist der Anfangspunkt? Komm! Mach hier hin! Mach hier hin! Er steht rum Der ist am Machen Der steht rum Gibt der Hafen immer noch der Bestpreis? Ne, wir haben ihr gesagt... Wir haben gesagt, wir wollen jetzt ein bisschen Lager Haben wir, haben wir Den hier füllen... Ach man, bei 20 Minuten schon wieder Ist egal Müssen Leute noch was schaffen hier? Füllen die Bude Auf Produktionen Schieb zurück Drei Fahrzeuge stehen leider immer noch Kann nichts tun darüber Der liegt nur rum, Junge 36 kommt die zeit noch mal 15 wenn er angekommen 7 7 8 8 8 9 10 11 14 15 15 15 15 20 50 50 60 90 ärzte jetzt gibt ihm jala wo ist der beste preis immer noch dort bitte sagt mir dort flüssig dünger reifeisen beim hafen gibt es 100er weniger zur getreide ag eben no ja 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 ich habe das volle fast ich wäre ja ich habe immer moment einige sekunden wie man die bands vordern geht es auch wieder ich habe mich jetzt aber weniger wieder der muss ich erkennt wie gleich eigentlich aufs andere feld schicken der spitze aber keine angst wer hat der bohr hat ihn 5 15 a gefeiert muss unbedingt wieder entschalten am freitag kurz rum spoiler da sieht man ja Aber meine lieben Freunde, ich sehe auf die Zeit, dass es unglaublich ist, wie das schnell rumgeht. Leute, ich würde sagen, endlich ein Johnny auf dem Hof und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Link nicht vergessen, Abo dalassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen und ich würde sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.